Ingrid Julit Vidal Isasa ist eine kolumbianische Fußball-Nationalspielerin. Karriere Vidal begann ihre Karriere im Schulteam des Institution Etiokaischwa Santa Barbara in Palmira. In ihrer Heimatstadt spielte sie neben der Schule in der Jugend und später der ersten Mannschaft des erstligisten CD-Generationes Palmiranias. Im Herbst 2010 schrieb sie sich für ihr Studium an der University of Kansas ein und spielt seit August 2011 für deren Team Kansas Jayhawks. Sie spielte 2008 die U-17 Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen und nahm wenig später an der U-17 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008 in Neuseeland teil. 2010 spielte sie zudem bei der U-20 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010 und belegte mit ihrer Mannschaft den vierten Platz. Im Juni 2011 wurde sie für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland nominiert. Am 29. Juni 2012 wurde sie für die Olympischen Sommerspiele in London nominiert.